Mittwoch, der 15. November 2017. Es ist 18.25 Uhr. Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Heute im Studio Chris Fleischhauer. Willkommen an diesem Mittwochabend. Schön, dass Sie bei der Ziehung wieder mit dabei sind. Live dabei zu sein, auch wenn es nur vom Bildschirm ist, ist ja dann doch etwas spannender. Als sich dann irgendwo die Zahlen vorlesen zu lassen. Und spannend wird es auch heute wieder, auch wenn unser 17 Millionen Euro Jackpot am Samstag uns verlassen hat. Ja, Kugel- und Ziehungsgeräte sind natürlich wie immer im Vorfeld schon ordnungsgemäß überprüft und startklar. Somit kann es für heute losgehen. Ich drücke die Daumen Ihnen allen jetzt. Viel Glück. Wie gesagt, der Jackpot ist weg. Sie zählen, melden. Die 6. Die 6. 23 die zeit Unser Stoffer ist hier in Berlin, in der Artikelstimme 77, dafür müssen wir auch immer natürlich etwas sieben, die Inziffern auf dem Schein passen. Am Samstag, glaube ich, ist da kein Stimme der Wettbewerb, vielleicht ja heute. Weiter geht's mit der 46. Und gleich 9 Stunden, die haben wir jetzt in der Sitzung, die ist in der Sitzung, aber leider eben ohne passende Superzahl. Die nächste für heute ist die 40. Und jeweils 100.000 Euro aus der Schallersucht und noch eine 6. Die Ausführung von Spinner, 2.000 Euro, eine aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und eine in Pfalz. Glückwunsch dazu. So, die vorletzte, die 35. 40.000 Euro, ein guter Schwieriger, ein guter Schwieriger, ein guter Schwieriger, ein guter Schwieriger, ein guter Schwieriger und kontrollieren. Jetzt gab es noch ein paar Schwieriger, das ist noch ein bisschen, was sie jetzt hier noch bezahlen wird. Die letzte Lottozahl ist die 45. Generell am besten eigentlich immer noch mal nachgucken lassen, dann wissen Sie auch, ob die sechs Richtigen heute auf Ihrem Schein wirklich drauf waren. Darauf sind. Ja, wenn das so sein sollte, wird es jetzt für Sie nochmal besonders spannend, denn es geht weiter mit unserer Superzahl. Ich drücke an dieser Stelle nochmal ganz fest die Daumen. Viel Glück! Insgesamt sind es 10,3 Millionen Euro in der gesamten Auffassungsspiele heute. Und wie gesagt, in der ersten Mieterklasse beträgt es 1 Million Euro für die sechs Richtigen von eben. Diese Superzahl waren die 5. Damit stehen alle Gewinnzahlen fest und die gucken wir uns jetzt nochmal an in unserer Übersicht. Ganz in der Ruhe zu mitschreiben, hier sind Sie wieder zu Zahlen in richtiger Reihenfolge. 6, 23, 35, 40, 45, 46 und die Superzahl 5. Weiter geht es mit den Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Ziehung ermittelt. Und wie immer starten wir mit der Gewinnzahl im Spiel 77. Da gewinnt heute 0,1, 1, 6, 8, 2, 4. Und noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. Da kommt sie 3, 1, 4, 0, 7, 4. Das waren sie unsere Gewinnzahlen für heute. Nachlesen können Sie immer nochmals alle Zahlen ganz in Ruhe auf lotto.de. Und damit sind wir durch. Das war Lotto am Mittwoch. Die nächste Chance gibt es wie immer am kommenden Samstag pünktlich um 19.25 Uhr geht es los. Und dann mit meiner lieben Kollegin Melia. Bis dahin Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss, machen Sie es gut. Lotto 649 Spielen beim Original Das war Lotto 649 Spielen, das war Lotto 649 Spielen. Ja, schön. Das war Lotto 6 Untertitelung des ZDF, 2020